Hallo, ich stelle euch heute den Smart Perso vor. Was hat es damit auf sich? Früher gab es viele Dinge aus Papier, die heute digital sind. Zum Beispiel Tickets fürs Konzert, Flugtickets und so weiter, die habe ich in meinem Wallet heute drin. Und das ist ziemlich cool, weil wenn sich da irgendwas ändert, sich was verspätet, wenn es einen Gate-Wechsel gibt, dann werde ich direkt informiert. Und warum geht das eigentlich nicht bei den sogenannten Identitätsnachweisen, Personalausweisen zum Beispiel? Hätte ich eine Art Personalausweis wie ein Wallet, dann könnten mich Behörden informieren, wenn Fristen ablaufen und so weiter, aber ich könnte mir auch ganz viel Arbeit ersparen. Zum Beispiel, wenn ich Quittungen sammle fürs Finanzamt, weil ich mir ein Fachbuch gekauft habe, muss das dann als Werbungskosten angeben. Das kann ich dann einfach scannen und dann geht die Information automatisch ans Finanzamt. So eine Idee finden wir ziemlich cool und wir nennen sie Smart Perso. Und das ist die Idee, die ich euch hier sehr ans Herz legen möchte.